Hey Leute, heute mal ein Video und zwar wie ihr aus einem Stutzen eine Mund-Nasen-Maske machen könnt. Und zwar relativ einfach, ihr nehmt den Stutzen, zum Beispiel ich habe jetzt einen Adidas Stutzen genommen, schneidet über dem Adidas Logo den Stutzen relativ einfach einmal ab, dann schneidet ihr ihn einmal unten drunter ab, So, jetzt kommt noch einmal der Trick und zwar einmal das Ganze falten und am Ende hier oben noch klein einschneiden. Siehe da, ihr müsst noch hinten aufschneiden, und schon ist die Maske fertig. Wie ihr das Ganze anzieht und wie das Ganze aussieht, zeige ich euch jetzt. Das Coole an dieser Maske ist, dass ihr aus einem Paar Stutzen gleich unterschiedliche, also zwei Paar, machen könnt, das heißt, ihr habt einmal oben und einmal unten. Ihr bekommt einmal auch noch oben den oberen Bereich dazu, das heißt, ihr könnt aus dem oberen Bereich noch einmal einen Drei-Streifen-Socken machen. Wer Interesse daran hat, ich habe euch ganz einfach unten unsere Stutzen, ein paar günstige Stutzen, zum halben Preis unten in die Beschreibung mit reingemacht, und da könnt ihr die Stutzen dann direkt bestellen und könnt euch eine Maske selber machen.